Hey Leute, ich bin's, Mac Pepperig. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr beim Samsung Galaxy Smartphone anonym telefonieren könnt und somit die Rufnummer unterdrücken könnt. Das geht auch bei anderen Android-Smartphones ähnlich. Dazu müsst ihr im Menü hier einfach erstmal die Telefon-App öffnen, dann geht ihr hier in die drei Punkte, in das weitere Menü rein, geht runter auf Einstellungen, scrollt hier ein wenig runter, bis ihr zum Punkt Zusatzdienste gelangt, da auch noch einmal draufklicken und dann deine Rufnummer ID anzeigen, hier draufdrücken und dann auf Nie drücken und schon ist das Ganze deaktiviert und ihr sendet dann eure eigene Rufnummer beim Telefonieren nicht mit. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen. Bis dann, euer Mac Pepperig.